Moin moin und hallo und willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sollen hier Abbott bei der Mauer treffen. Und dafür müssen wir... Müssen wir umdrehen oder ist das da drin? Ich glaube das ist da drin, ne? Das ist alles da drin. Nääääh. Das ist ärgerlich. Aber dann gehen wir halt wieder rein. Auch kein Problem. Schwere Waffen, ja. Sieht auf jeden Fall schwer aus. Dann machen wir mal die Quests, die wir hier haben. Angeblich soll irgendwas übliches im Museum der Hexerei nahe Salem abgegangen sein. Hallo. Untersucht das Museum der Hexerei. Jetzt haben wir aber viele Quests. Hallo. Äh, hallo. Da gibt es mir mal ein paar gute Infos hier. Voll lieb. Ja, genau, weil er dich anguckt. Ja, und? Du siehst mich nicht. Ich würde mich platt machen. Lass stecken, Mann. Ich hab nichts gesehen. Ich hab nichts gehört. Und was machst du? Kauf, was du brauchst. Verkauf dein überflüssiges Zeug. Was? Meinst du die Railroad? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Nee, ich hab das von dem Cousin gehört. Er kennt jemanden, der vor mir arbeitet. Der Weg zur Freiheit folgt dem Freedom-Trail. Nicht die Farbe anfassen. Was? Warum? Das ist die Mauer. Der große grüne Wächter, der die bösen Jungs draußen hält. Die Mauer hat noch keiner überwunden. Noch nie. Da können wir wenigstens dafür sorgen, dass sie schön aussieht. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wär's mit gemeinnütziger Arbeit? Hm, was gibt's denn? Worum geht es? Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort. Ich hab doch schon eine Farbe gemischt. Ganz willkommen weiß, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden, nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Finde ich gut. Nur wenn du noch was drauflegst. Gut. 125 Kronkorken. Das ist gut. Oh, noch mehr. Wenn ich ehrlich bin, habe ich schon etwas Farbe hier. Schön, aber das ist noch lange nicht alles. Du könntest was davon auf die Mauer streichen. Dann verstehst du, womit ich mich hier rumschlage. Wir haben uns Wohlstand, Sicherheit und Bildung für jeden Bürger gebracht. Und auch wenn die Zeitung mit dem Finger auf Sünds und andere Gespenstergeschichten zeigt, Bunte Stadt streichelt die Mauer mit der Farbe. Runde. Ich möchte, dass ihr jetzt alle ganz genau zuhört. Ich bin kein Sünd. Ich bin immer noch derselbe Junge. Er wird bei der Arbeit. Ich habe die Mauer gestrichen. Meinst du, das ist genug Farbe? Sollte für einen neuen Anstrich oder zwei reichen. Das muss erst mal genügen. Hier sind dein Geld und ein kleiner Bonus für den richtigen Farbton. Natürlich. Aber mach damit nichts, was ich nicht auch machen würde. Nice. Das war Erfahrung. Herr Bengel denkt sich hier, ich halte meine Rede. Was immer du fragen willst, ich weiß nichts darüber. Jetzt hauen sie alle ab. Wenn du hier nicht wohnst, bist du ein Niemand. Wenn du hier nicht wohnst, bist du ein Niemand. Hey. Bleib stehen. Aber auch nur ein Ansässiger. Detektiv. Schauen wir jetzt erst mal der Detekt-Teil vorbei. Und gucken, was der Detektiv für uns hat. Ob er uns helfen kann. Ist alles in Ordnung? Weder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte. Es ist wichtig. Du verstehst nicht. Unser Detektiv, er ist weg. Verschwunden. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich habe Nick gesagt, dass das eine Falle ist. Aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür. Wie immer. Ich würde ja gerne helfen, aber da wäre dieses kleine Problem der Spesen. Geld, was? Ich habe hier 125 Grunkorken für schlechte Zeiten zurückgelegt. Wir sind so ein Arschloch. Mehr Geld. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug. Aber mit Maschinengewehr. Okay. Du meintest, Melone wäre aus Good Neighbor? Ja, er ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Hm, klingt gut. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Hm, mache ich doch glatt. Das sei mein Valentin. Finde nicht Valentin. Machen wir doch glatt. Ein Bett. Das darf man nicht. Gucken wir, was es in der Stadt sonst noch so zu tun gibt. Ich bin kein Zünd. Äh. Public Occurrences. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Äh. Ach hier. Hey, Piper. Alles klar, Blue? Blue? Warum nennst du mich so? Weil du ein Vault-Bewohner bist. Du trägst zwar gerade nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch-auf-dem-trockenen-Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu. Ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komm ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Was soll das für ein Interview werden? Ich frage dich, wer du bist, was du vom Leben hier draußen hältst und vielleicht noch ein paar knifflige Fragen, um es interessant zu halten. Was meinst du? Ich will nicht unbedingt beantworten werden. Hier hast du deine Überschrift. Hiesiger Mann sagt nein. Du meinst es ernst, hm? Schlaumeier. Schön. Wir machen das später, aber ich will dieses Interview, klar? Ähm, okay, lass es jetzt mal. Piper. Bist du bereit für das Interview, Blue? Ja, komm. Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Kommen wir zum Geschäft. Also, ich weiß, du kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit darin beschreiben? Da waren nur ich und tausend andere Versuchskaninchen. Sie wurden zu Fleischfressern. Okay, ich schätze, da muss wohl ein satirischer Ansatz her. Also, du hast das Commonwealth gesehen, Diamond City. Wie ist das verglichen mit deinem alten Leben? Scheiße. Lustig, Sachen zu zerstören. Hey, ist scheiße. Gibt's das sogar? Hm. Ihr lebt alle in rostigen Hütten und bringt euch gegenseitig um. Und dann dieser Gestank. Okay. Was für ein schönes Zitat. Ja, oder? Jetzt die große Frage. Warum bist du nach Diamond City gekommen? Du suchst jemanden, nicht wahr? Wer ist es? Ich habe meine Familie verloren, klar? Ich versuche, sie wiederzufinden. Wie heißen sie, Blue? Wer sind sie? Was kümmert's dich? Die Nachrichten. In Diamond City interessiert sich vielleicht niemand sonst dafür. Aber meine Zeitung tut es. Mein Sohn Sean wurde entführt. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Auf der Suche nach dem vermissten Kind. Das ist heute so rührend wie eh und je. Glaubst du, das Institut hat etwas damit zu tun? Das Institut? Wer ist das? Das Blue ist das größte Rätsel im Commonwealth. Niemand weiß so richtig, wer oder wo sie sind. Aber man bekommt ihre Machenschaften mit. Synths. Synthetische Menschen. Aus geheimen Laboren. Sie erledigen die Drecksarbeit für das Institut. Manchmal ersetzen sie jemanden sogar mit einem Synth-Doppelgänger. Ein verdeckter Agent, den niemand verdächtigt. Nicht alles Schlimme, das passiert, hat mit dem Institut zu tun. Aber möglich ist es immer. Darum frage ich. Die machen synthetische Menschen? Genau das. Es gibt zwei Hauptarten, auf die du achten musst. Die erste kann man leichter erkennen. Die Haut sieht aus wie Plastik. Teilweise kann man das Skelett sehen. Sie durchstreifen plündernd und mordend das Commonwealth. Vor einer Weile habe ich über University Point berichtet. Die ganze Stadt wurde ausgelöscht. Die zweite Art der Synths ist das eigentliche Problem. Sie haben Haut, Blut, ein warmes Lächeln, schuldbewusste Blicke. Wie ganz normale Menschen. Und? Glaubst du, sie haben etwas mit der Sache zu tun? Das Institut oder einer seiner Agenten? Kann durchaus sein. Ja, das ist gut möglich. Nicht mal ein Baby ist vor ihnen sicher. Und die Leute fragen sich, warum ich nicht einfach wegsehen kann. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Leute ignorieren Entführungen? Voranzeichen. Warte. Die Leute ignorieren Entführungen hier draußen einfach? Ja, Blue. Noch nicht gemerkt? Man wächst im Commonwealth auf und irgendwann wird jemand entführt. Vielleicht nicht jemand, den du kennst. Aber jemand. Und die Leute sagen nur, naja, hätte es schlimmer kommen können, wenn Raider, Supermutanten oder wilde Ghule ihn erwischt hätten. Hm. Sie geben einfach auf. Darum möchte ich, dass meine Leser erfahren, was dich zum Weitermachen bewegt. Vielleicht nehmen sie sich ein Beispiel. Und was sagst du? Hm. Einen Tag nach dem anderen Rache nehmen, nicht die Hoffnung verlieren. Ganz egal, wie sehr man aufgeben möchte, man darf es nicht tun. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, dass man sie wiedersehen wird. Oder zumindest die Wahrheit erfährt. Eine starke Aussage zum Schluss. Finde ich auch. Danke. Wir sind fertig. Wird eine Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln. Aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du so weit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Komm, es hat nicht fürs Level abgereicht. Schade eigentlich. Sofa sitzt nicht. Ich würde gerne... Hey. Wie geht's dir, Kumpel? Wie geht's dir, mein Kumpel? Hey Junge, hast du irgendwelche Tricks drauf? Ja, aber noch nicht. Er kann Männchen machen. Er kann Männchen machen. Ich bin so schade, dass man den nicht streichen kann. Gut, 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 gut. Braber Hund. Oh, was geht denn hier? Keine Bewegung, Sünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Sünd. Nicht schießen! Um Himmels Willen! Wir sind eine Familie! Nimm die Waffe runter, sofort! Er ist ein Sünd! Er wird uns alle töten! Geil! Nein! Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Sins in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure scheiß Paranoia! Wow. Hey. Er, er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder. Was ist passiert? Ich, ich bin kein Sünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nun nicht zugehört? Ich, ich brauche eine Minute. Zurücktreten, Plünderer! Warum so deprimiert? Ich dachte, ein Mord wäre hier Routine. Halt die Fresse! Wir riskieren hier jeden Tag unser Leben, damit Arschlöcher wie du es sicher haben. Und jetzt geh weiter! Was steht ihr da alle noch rum? Kümmer euch endlich um... Officer! Weitergehen! Mein Gott! Kyle! Ja, den hat's zerlegt, auf jeden Fall. Nachts einkaufen? Kein Problem! Daumen, Cityshark ist aufgrund und aufgrund... Du bist Friseur, richtig? Entschuldigung. Wenn du einen Haarschnitt brauchst, der Salon hat ab morgen früh wieder auf. Alles klar, ich brauche keinen Haarschnitt. Nein, danke. So, dann gehe ich hier oben nochmal hoch und guck mal, was es hier gibt. Ha, 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 ha. Ha. Lass ich mich mal nach oben bringen. Einen Blick über Diamond City. Ich bin mal gespannt, wohin der Aufzug uns führt. Aber immer noch zur Musik. Boah, ich erschrecke mich immer über diesen Hunden. Das ist eine perfekte Zeit, um einen Radaway zu nehmen. ... ... ... ... ... ... ... hier sind die einfach durch das tor wenn du weg willst hier rein was sind das denn hier für leute ein händler in diesem job wird man nur alt wenn man damit rechnet dass alle töten wollen meine großen waffen lieber jetzt kaufen sonst tun es deine feinde was für sachen hast du denn das bleiladen spannen und ausspucken kann verkaufe ich es ich habe aber auch messer und knüppel für die irren nahkämpfer aber der heiße tod fliegt schneller als der schall meine knie werden ganz weich wenn ich nur daran denke okay alles was du so hast stell dir vor wie gut sich eine davon in deiner hand anfühlt okay sie hat auch munition das ist sehr gut auf gut glück knarre ein geiles teil auf jeden fall so schön mit schalldämpfer und so auf jeden fall teuer auf jeden fall ziemlich teuer chinesisches offiziers schwert wie geil ist das denn bitte käfigrüstung bringt mega viel resistenz ladung silberfedern leuchtfackeln metallrüstung helmen raketenwerfer können wir auch besorgen was das denn laser pistole gezacktes chinesisches ob es ja also das ist cool was man hier für modifikationen raushauen kann das präzisions schützen interessante sachen hast du aber ich brauche davon erstmal noch nichts wo will ich als nächstes hin ist die frage karte finde nick valentine erkunde die combat zone kehre nach cambridge zurück museum der hexerei okay die markierung kann ich da nicht entfernen ich möchte die markierung entfernen na egal good neighbor kann nur die combat zone und da ist nick valentine folge dem freedom trail also eigentlich müssten wir da hin was ist das wir müssen das hier ist näher dran und schnell reise dahin speziell aus einem abgetrennten stück einer todeskrall gefährlicher möglich das toten der todeskrallen hals für seinen trägern gegner mit brutalen heben massiven schaden zuzufügen das ist mal eine sehr intelligente möglichkeit eine waffe zu bauen aber so mit todeskrallen krallen auf jeden fall effizient ich würde auch sagen das war es auch schon wieder für diese folge wenn es sich gefallen hat dann lasst ein Däumchen da wir sehen uns dann beim nächsten mal machts gut und ciao wir sehen uns dann wir sehen uns dann noch mal beim nächsten mal am